So komme ich aus dem Disgrace-Status nicht raus, ich sag's dir. Das ist auch mit Dritte-Weltländern so. Man unterstützt die halt überhaupt nicht, weißt du? Dann nennt man sie weiter halt Dritte-Weltländer, ja, ja. Und dann nimmst du sie halt weiterhin aus, weil das sind einfach halt Disgraces, weißt du? Na klar. So funktioniert das halt einfach.